Mein letzter Filmbeitrag hat sich mit der Messe beschäftigt. Ich werde auch hier jetzt nochmal mit anfangen, nämlich herzlich Dank sagen an alle, die da beteiligt waren. Ob Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei, die haben einen prima Job gemacht. Und ein ganz besonderes Lob bei einer sehr, sehr schönen Messe, die wir feiern konnten, an den Christian Engler als Feuerwerker aus Kusel, der uns zum Abschluss ein wunderbares Feuerwerk präsentiert hat. Ich bin hier auf dem Kochschen Markt, wo auch das Messeleben vor kurzem noch pulsiert hat. Ich will Ihnen aber sagen, ja, ich werde in der Stadt angesprochen, warum ist denn das Monschis Rotenturm hier noch nicht dauerhaft offen? Da waren noch ein paar Fragen zu klären und ich kann Ihnen sagen, dass der Betrieb im Lauf des Monats jetzt auch losgeht. Das freut uns, weil dann hier wieder ein Anlaufpunkt da ist beim Wochenmarkt und bei anderen Gelegenheiten. Also es hat ein Stück lange gedauert, auch für uns. Aber was lange wird, wird hoffentlich gut. Nutzen Sie die Gelegenheit, schauen Sie es sich dann an und kommen Sie auch hierhin, wie zu den anderen Lokalitäten in Kusel. Herzlich willkommen und auf demnächst.